Schön, dass Sie alle da sind. Ich werde so ein bisschen einen Durchmarsch machen durch die Homöopathie-Forschung. Ich fange an mit Beobachtungsstudien, dann kommen wir zu RCTs und deren Meta-Analysen. Und am Ende möchte ich ein paar Einzelthemen, bestimmte Erkrankungen herausgreifen und da einen Vergleich auch anstellen zu der konventionellen Behandlung und den Forschungsergebnissen, die es da gibt, um diese Homöopathie-Forschung in den Gesamtkontext der evidenzbasierten Medizin einzuordnen. Wir beginnen also erstmal mit Erhebungen. Wer nutzt eigentlich Homöopathie? Da haben wir hier eine Studie aus Amerika, in der sich zeigt, Homöopathie wird vorwiegend von Frauen genutzt. Hier 70 Prozent ungefähr, sehr konsistenter Befund, ist auch in Europa so. Und der zweite Befund ist, Homöopathie wird vorwiegend genutzt von Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Auch sehr konsistenter Befund durch alle Studien international. Homöopathie-Nutzerinnen haben in der Regel einen gesünderen Lebensstil als Kontrollgruppen, hier repräsentiert durch Lower Body Mass Index, trinken aber auch weniger Alkohol, rauchen weniger, leben häufiger vegetarisch, machen mehr Sport und ähnliches. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man unkontrollierte Studien macht, beziehungsweise wenn man einfach eine nicht-randomisierte Studie durchführt und dann in der einen Gruppe eben gesunde sportliche Frauen hat und in der anderen Gruppe vielleicht eher den Bevölkerungsdurchschnitt, dann kann das die Ergebnisse verzerren. Hier jetzt eine Erhebung dazu, wie Patienten die Homöopathie erleben und da zeigt sich, dass Homöopathie mit das beliebteste komplementärmedizinische Verfahren ist. Hier ungefähr gleichauf mit Osteopathie beziehungsweise Chiropraktik, das sind aber unterschiedliche Indikationsgebiete, für die man diese Verfahren anwendet und das ist tatsächlich weltweit so, Homöopathie ist das beliebteste komplementärmedizinische Verfahren. Wer geht zum homöopathischen Arzt? Hier die EPI-3-Kohortenstudie aus Frankreich, da sehen wir die Diagnosen und da lässt sich erkennen, hier wären die General Practitioner Convention Metzeln, das sind also normale Ärzte, hier wäre die Arztpraxis, die vorwiegend homöopathisch arbeitet und Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen gehen nicht primär zum Homöopathen. Dann kann man noch hier erkennen, Menschen mit psychischen Erkrankungen gehen etwas mehr zum Homöopathen und der Rest ist eigentlich gleich. Also die Botschaft ist an der Stelle, die Klientel einer homöopathischen Arztpraxis gleicht vom Indikationsspektrum her der normalen Arztpraxis. Mit einem Unterschied, und das werden wir später sehen, es kommen mehr chronisch Kranke, die mehr oder minder austherapiert sind in homöopathische Arztpraxen. Jetzt eine Beobachtungsstudie, die an der Charité durchgeführt wurde von Claudia Witt. Die Studie funktionierte so, dass die Patienten, die in die Praxis kamen, in der Studie drin waren, unabhängig davon, welches Alter, welches Geschlecht, welche Erkrankung. Jeder, der ab Studienbeginn vorstellig wurde, war in der Studie drin. 97% dieser Patienten waren chronisch krank. Hier haben wir die Krankheitsverteilung bei den Hauterkrankungen. Häufigste Indikation bei Kindern, atopische Dermatitis, bei Erwachsenen eher Psoriasis und ähnliches. Psychische Erkrankungen wären bei Kindern ADHS, bei Erwachsenen eher Angststörungen, Depressionen, Burnout. Häufigste Indikation bei Männern, Hypertonie, bei Frauen Migräne und chronischer Kopfschmerz. Die Patienten waren seit durchschnittlich 10 Jahren krank, beziehungsweise 4 Jahren bei Kindern und zu 95% konventionell medizinisch vorbehandelt. Ich glaube, das spiegelt den Versorgungsalltag ganz gut wider und das ist ja auch der große Vorzug solcher Studien. Sie haben eine hohe externe Validität, also sie sind nah am therapeutischen Praxisalltag und die Ergebnisse lassen sich eben auch wirklich auf die Krankenversorgung übertragen. Der Nachteil ist, sie haben eine geringe interne Validität, also der Schluss vom Effekt auf die eingesetzte Therapie ist nicht sicher. Ergebnis dieser Studie, durchschnittliche Reduktion der Schwere der Erkrankung um 50%. Das wurde gemessen mit einem SF36-Standardfragebogen zur krankheitsbezogenen Lebensqualität und einem Mean Complaint Score, da wurden also einfach die Patienten befragt auf einer Skala von 0 bis 10, wie krank fühlen sie sich? Und der Arzt wurde befragt, wie krank stufen sie den Patienten ein? Das wurde gemittelt und von Seiten des Arztes mit objektiven Befunden unterlegt, also Labor, Röntgen und ähnliches. Ein Viertel der Patienten war nach zwei Jahren vollständig geheilt, also es konnten keine Diagnosen welcher Art auch immer gestellt werden. Es gibt eine Nachbeobachtung zu dieser Studie, acht Jahre, da sieht man, dieses Ergebnis ist stabil. Jetzt stellt sich die Frage, kann man aus dieser Studie Schlussfolgern, dass Homöopathie Placebo ist oder kein Placebo ist? Nein, kann man nicht, denn es wäre ja möglich, dass Menschen, die zehn Jahre chronisch krank sind und konventionell medizinisch vorbehandelt, plötzlich zum Homöopathen kommen und der ist so freundlich und empathisch, dass die dann gesund werden. Das ist vom Studien-Design her durchaus möglich. Wie wahrscheinlich das ist, mag jeder selbst entscheiden. Hier eine weitere Studie, die EPI-3-Kohorte, aus der wir gerade schon mal die Diagnosen gesehen haben, mit der Patienten zu homöopathischen Ärzten gehen und hier haben wir jetzt den Bereich muskuloskeletale Erkrankungen, also beispielsweise Rheumatoide Arthritis und ähnliche. Und hier ist aufgetragen der Verbrauch an nichtsteroidalen Antirheumatika und Analgetika. Wir sehen hier wieder die konventionelle Praxis. Die gemischten Praxen interessieren uns mal nicht. Das wären die homöopathischen Praxen und es lässt sich hier erkennen, dass sowohl im akuten Bereich als auch im chronischen Bereich ungefähr die Hälfte an nichtsteroidalen Antirheumatika eingesetzt wird, bei mindestens gleich gutem klinischen Outcome. Nichtsteroidale Antirheumatika sind die Arzneimittelgruppe mit der höchsten Zahl an ernsthaften Nebenwirkungen bis hin zum Tod. Die werden häufig dauerhaft konsumiert, sind ja zum Teil auch nicht verschreibungspflichtig und das löst die Magenschleimhaut auf bzw. greift den Darm an. Das ist also ein sehr interessanter Befund. Wenn man die Hälfte an nichtsteroidalen Antirheumatika einsparen kann, dadurch, dass Ärzte eine Homöopathieausbildung haben, ist das für das Gesundheitssystem allemal sehr interessant. Lässt sich daraus Schlussfolgern, dass Globuli wirken oder nicht wirken? Im strengen Sinne natürlich nicht, denn es wäre ja wieder möglich, dass diese Ärzte genauso gute Effekte erzielen, weil sie so freundlich mit den Patienten sprechen. Häufig hört man davon, dass Krankenkassen Homöopathie bezahlen, aber keine Brillen oder ähnliches. Und das wäre doch Nonsens, weil Homöopathie nicht wirke. Dazu gibt es Studien, Kosteneffizienzstudien, die meistens eben kontrollieren gegen konventionell behandelte Gruppen. Und dazu gibt es auch eine Meta-Analyse, die alle zu dem Zeitpunkt verfügbaren Studien analysiert hat. Und dabei kommt Folgendes raus. Acht von 14 Studien fanden Kosteneinsparungen bei vergleichbaren Effekten. Vier Studien hatten mindestens so gute Effekte wie in der konventionellen Vergleichsgruppe und ähnliche Kosten und in zwei Studien war Homöopathie teurer. Also diese Meta-Analyse zeigt, in der Mehrzahl der Kosteneffizienzstudien zu Homöopathie kommt heraus, dass sich damit Kosten sparen lassen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Gesundheitssystem gestrickt ist. Das sind Studien aus unterschiedlichen Ländern. Es wäre zum Beispiel möglich, dass in Frankreich Homöopathie Kosten spart, in Deutschland aber nicht und ähnliches. Eine dieser Studien ist eine deutsche Studie, die auch von Claudia Witt an der Charité gemacht wurde, zu Neurodermitis, Cortison-Creme gegen klassische Homöopathie. Da zeigte sich, das ist beides ähnlich gut wirksam über acht Wochen. Allerdings ist die Homöopathie teurer, und zwar primär wegen der Gesprächszeit in der Erstanamnese. Jetzt gibt es eine weitere Studie, die aber zeigt, dass Kinder mit atopischer Dermatitis, die klassisch homöopathisch behandelt werden, später weniger Asthma und Heuschnupfen kriegen. Das müsste man eigentlich noch einrechnen bei den Kostenersparnissen oder eben bei den Mehrausgaben, die sich da vielleicht zeigen. Jetzt würde ich zu den RCTs bzw. deren Meta-Analysen kommen. Also wir bewegen uns jetzt in der höchsten Evidenzklasse, Evidenzgrad 1a. Verfahren, die sich durch den Evidenzgrad 1a belegen lassen, erhalten eine Soll-Empfehlung in Leitlinien. Und da fanden wir 1991 bereits 107 Homöopathie-Studien. Randomisiert, placebo-kontrolliert, mindestens einfach blind, die meisten doppelblind. Hier ist das Qualitätsassessment dieser Meta-Analyse dargestellt. Man kann hier die Gesamtpunktsumme erkennen, maximal 100 Punkte, je mehr Punkte, desto besser. Hier wird abgefragt, ist die Studie ordentlich randomisiert, ist die Intervention ordentlich beschrieben und so weiter. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, es gibt eine Anzahl von Homöopathie-Studien, die sich als hochwertig nach allgemeinen Maßstäben der evidenzbasierten Medizin klassifizieren ließen 1991. Wie das heute aussieht, dazu kommen wir dann später noch. Aber es sind nicht alle Homöopathie-Studien schlecht gemacht. Die meisten klinischen Studien sind schlecht gemacht in der Homöopathie, aber auch in der konventionellen Medizin. Ergebnis ist, dass die Studien einen positiven Trend zeigten in der überwiegenden Anzahl, und zwar unabhängig davon, ob die Studie methodisch gut oder schlecht war und unabhängig davon, ob da klassische Homöopathie oder klinische Homöopathie oder Komplexmittel gegeben wurden. Insgesamt zeigte sich in 81 von diesen 109 Studien ein positiver Trend über Placebo. Ab und zu liest man in Qualitätsmedien vom Alpha-Fehler, also es müssten ja 5% Studien ein positives Ergebnis bringen aufgrund zufälliger Effekte. Das passt nicht ganz, dann müssten es 5 von 100 sein, nicht 81. Die Autoren Schlussfolger, the amount of evidence came as a surprise to us, das ist interessant, weil das verrät ja etwas über die subjektive Befindlichkeit der Studienautoren, nämlich die hatten das nicht erwartet. Aber das zweite ist noch interessanter an dieser Stelle, und zwar, based on this evidence we would be ready to accept that Homöopathie can be efficacious if only the mechanism of action were more plausible. Also das heißt, die vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass das besser ist als Placebo, aber das akzeptieren wir so nicht, weil der Wirkmechanismus nicht plausibel ist. Das ist eine antiwissenschaftliche Geisteshaltung. Karl Popper hat mal gesagt, das Kennzeichen einer wissenschaftlichen Theorie ist, dass sie prinzipiell falsifizierbar sein muss, also man muss das Gegenteil zeigen können, und wenn ich mich immunisiere gegen die Widerlegung meiner Thesen, dann bewege ich mich im Bereich des Dogmatismus. Also man hat es ein bisschen zu tun mit so einem Kampf David gegen Goliath unter Umständen, was diese Evidenzlage angeht, denn wenn man einfach sagt, okay, die Studien weisen darauf hin, dass es besser ist als Placebo, aber es ist nicht paradigmenkonform, da kommt man mit mehr Daten gar nicht gegen an. Ein Physiker hat mal gesagt, man muss eben warten, bis diejenigen Vertreter eines Paradigmas ausgestorben sind, bevor man ein neues einbringen kann. Eine weitere Meta-Analyse von Linde 1997. Es sind nicht viel mehr Studien dazugekommen, nur noch 1989 ausgewertet. Eine Meta-Analyse steht und fällt immer mit den Ein- und Ausschlusskriterien, die sind hier eben anders gestrickt gewesen. In der Spalte Global Results habe ich jeweils andeuten wollen, durch ein Plus, Homöopathie vermutlich besser als Placebo, ein Minus würde bedeuten, ist gleich Placebo. Hier sehen wir den Forest-Plot dieser Meta-Analyse. Die gestrichelte Linie ist die Odds-Ratio von 1. Alle Studien, die mit dem Punkt links von der gestrichelten Linie dargestellt sind, haben in der Placebo-Gruppe einen Vorteil. Alle, die rechts dargestellt sind, haben in der Homöopathie-Gruppe einen Vorteil. Und wir sehen hier die verschiedenen medizinischen Fachgebiete, Allergologie, Dermatologie, Gastroenterologie und so weiter. Und was man jetzt sehen kann, ist eigentlich, dass in der überwiegenden Zahl der Studien sich mindestens ein positiver Trend für die Homöopathie erkennen lässt, wenngleich er häufig nicht signifikant ist. Denn hier wäre das Konfidenzintervall von 95 Prozent und wenn das die Odds-Ratio von 1 einschließt, dann sieht man nur einen Trend, aber die Studie streut so stark, dass das eben nicht statistisch signifikant ist. Das liegt bei Homöopathie-Studien einmal daran, dass sie winzig klein sind. Hier ist die Zahl der Probanden, 28, 39, 162, ist schon eine relativ große Homöopathie-Studie. Das liegt daran, dass sie chronisch unterfinanziert sind. Und zum anderen liegt das meines Erachtens daran, dass, wenn Sie hier mal schauen, was wurde gegeben, die Intervention, dann sehen Sie da ganz häufig ein einzelnes Mittel. Ganz selten gibt es hier mal Individual Treatment. Zum Beispiel hier drei Studien zu Nuxvomica bei Gastritis. Erwarten wir, dass Nuxvomica bei Gastritis hilft? Ja, wenn der Patient ein Nuxvomica-Symptombild präsentiert, ansonsten eben nicht. Wenn man aber einfach allen Patienten Nuxvomica gibt, die Gastritis haben aufgrund der klinischen Diagnose, dann kommt eben Morx raus. Und das kann man hier auch sehen, ist nicht signifikant, hier ist es mal signifikant, man kann nicht so viel erkennen. Folgt daraus, dass man Homöopathie nicht in RCTs untersuchen kann? Nein, das ist eine Mystifikation. Man kann Homöopathie selbstverständlich in placebo-kontrollierten Studien untersuchen, man muss es nur richtig machen. Also entweder individuelle Homöopathie oder man kann durchaus auch fragen, wirkt Nuxvomica bei Gastritis, dann muss man aber vorher einfach drei Homöopathen dahinsetzen, die entscheiden, ob der Patient Nuxvomica braucht oder nicht, dann fischt man 100 raus, die Nuxvomica brauchen und randomisiert die dann auf Placebo- und Verumgruppe. Dann kann man diese Fragestellung untersuchen. Die meisten Homöopathie-Studien, die Einzelmittel geben, sind aber eben nicht so gemacht worden. Sondern die untersuchen so etwas Ähnliches wie klinische Homöopathie. Da gibt es aber übrigens auch Sachen, die funktionieren. Also zum Beispiel Galfimia Glauca bei Heuschnupfen ist untersucht worden in zwölf Studien mittlerweile, acht davon randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind, kann dasselbe wie Antihistaminika mit weniger Nebenwirkungen. Leider ist bei all diesen Studien Markus Wiesnauer beteiligt gewesen und deswegen sind sie nicht unabhängig repliziert. Zählt also nicht. So, Combined Odds Ratio for the 89 Studies, 2.45. Wenn man das jetzt korrigiert für Publication Bias und sich nur die 26 guten Studien anguckt, ist Homöopathie immer noch signifikant besser als Placebo. Die Resultate dieser Meta-Analyse sind nicht kompatibel mit der Hypothese, dass eben Homöopathie Placebo ist. Das hat Edzard Ernst geärgert und er hat dann behauptet, wenn man jetzt diese Studien nochmal nach dem JADAT-Score analysiert, das ist so ein verbindliches Fünf-Punkte-Schema zur Beurteilung klinischer Studien, da wird auch Randomisation, Placebo-Kontrolle und so weiter abgefragt, dann müsste Folgendes rauskommen. Je besser die Studie ist, das hätten wir auf der X-Achse von links nach rechts, Nullpunkte ganz schlecht, Fünfpunkte ganz gut, desto kleiner müsste der Effekt der Homöopathie sein. Hier ist jeweils die Odds Ratio. Je höher, desto mehr Effekt der Homöopathie. Die ernstische These ist, das geht linear nach unten. Mit den kleinen Quadraten sind die wirklichen Daten aufgetragen und tatsächlich zeigt sich, in den ganz schlechten Studien hat man relativ große Effekte, dann geht es zum Mitte hin runter, aber nach hinten geht es wieder rauf. Also in den zehn Studien mit einem JADAT-Score von fünf und die von vier kann man eigentlich auch noch dazunehmen. Das ist so üblich, das haben Chang et al. später auch gemacht, die diese Meta-Analyse ja wiederholt haben, sieht man mehr Effekt als in den mittleren Studien. Das hat Edzard Ernst nicht verlegen gemacht. Da hat er dann nämlich einfach gesagt, Ich entschuldige mich für diesen langen Schachtelsatz. Das bedeutet einfach kurz, das ist Betrug. Wenn gute Studien zeigen, dass Homöopathie besser ist als Placebo, dann ist das eben nicht glaubwürdig. Damit verlassen wir den wissenschaftlichen Diskurs und sagen dann auch nichts weiter dazu. Ein kleines Bonbon noch hintendrein zur wissenschaftlichen Redlichkeit dieses Mannes. Hier eine Liste von leichten bis hin zu schweren Krankheitserscheinungen, Verhaltensstörungen, Koma, Blutungen, Tod, Nierenstörungen. Was ist das? Das ist ein systematischer Review der Nebenwirkungen von Homöopathie. Von Edzard Ernst. Dies sind übrigens nicht die Erscheinungen, die zustande kommen durch das Unterlassen einer mutmaßlich wirksameren Therapie, sondern tatsächlich diejenigen, die kausal durch die Einnahme von Globuli zustande gekommen sein sollen. Wie das damit zusammenzudenken ist, dass Globuli nur Placebo sind, ist mir völlig schleierhaft, aber er hat es veröffentlicht. Wir kommen zur nächsten Meta-Analyse. Das ist so ein bisschen langatmig, aber es gibt nicht so viele, deswegen können wir die alle durchmachen. Ich hoffe, Sie halten durch. Hier jetzt nur noch 17 Studien ausgewertet, und zwar diejenigen mit objektiven Zielparametern. Also nur Leukozytenzahl, Röntgenbild, MRT-Befund, nicht aber visuelle Analogskala für Schmerzen oder Fragebogen zur Lebensqualität oder so etwas. Und da zeigte sich hochsignifikante Effekte der Homöopathie über Placebo, auch in Bezug auf objektive Zielparameter. Wenn man jetzt nur noch die Studien nimmt, die eine Dropout-Rate von weniger 10% haben, wird dieser Effekt etwas schwächer. Wenn man nur noch die Studien nimmt, die eine Dropout-Rate von unter 5% haben, dann ist das nicht mehr signifikant. Sind aber auch nur noch 5 Studien. Jetzt fragt es sich, ist eine Dropout-Rate von weniger als 5% ein allgemein verbindliches Kriterium für die Qualität klinischer Studien? Nein, überhaupt nicht. Ist frei erfunden und völlig willkürlich. Dropout-Raten von über 10% sogar lassen sich standardmäßig gut handeln. Man muss eben nur Intention-to-Treat-Analyse machen. Also, die Patienten müssen so ausgewertet werden, als hätten sie die Studie zu Ende gebracht mit den entsprechenden Daten und dürfen nicht einfach fallen gelassen werden. Es gibt Studien mit viel, viel höheren Dropout-Raten, die gemeinhin akzeptiert werden. Die wahrscheinlich bekannteste Meta-Analyse zur Homöopathie Shang et al. 2005 im Lancet veröffentlicht, ist die Wiederholung der Meta-Analyse von Linde, ähnlicher Studienpool. Hier wurden nur noch 8 Studien letztendlich ausgewertet und da haben wir zum ersten Mal das Ergebnis Homöopathie gleich Placebo. Was haben die gemacht? 110 Homöopathie-Studien wurden gegen 110 konventionell medizinische Studien analysiert. 21 Homöopathie-Studien waren von höherer Qualität, das ist wieder Jadat-Score, mindestens 4, und 9 der 110 konventionellen Studien. Was hier interessant ist, man kann sehen, die Qualität der Homöopathie-Studien ist im Schnitt besser als die der konventionellen Studien und man kann diese beiden Studienpools eigentlich nicht gegeneinander vergleichen, denn es sind ja noch nicht einmal halb so viele in der konventionellen Gruppe. Aber hat man auch einfach gar nicht gemacht, denn man hat nur noch die 8 größten ausgewertet. Das hat der Lenzl mit einem Editorial begleitet, in dem das Ende der Homöopathie verkündet wurde. Jetzt fragt es sich, warum haben die denn nicht die 21 hochwertigen Studien ausgewertet, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Und was passiert, wenn man es tut? Es haben also hier Statistiker eine Re-Analyse gemacht und festgestellt, wenn man die 21 hochwertigen Studien auswertet, ist Homöopathie signifikant besser als Placebo. Das ist immer dann der Fall, wenn man 14 oder mehr dieser Studien nimmt. Das Negativergebnis bei den 8 Studien hing primär an einer einzelnen Studie mit über 400 Teilnehmern, die die Wirksamkeit von Arnica zur Verhinderung von Muskelkater bei Langstreckenläufern untersuchte. Da gab es mehrere Studien schon. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist belegt, dass das nicht wirkt. Aber daran hing dieses Negativergebnis primär. Wie kamen die denn jetzt auf die 8 größten Studien? Die haben einfach das Kriterium eingeführt, nur noch Studien mit einer Standardabweichung im untersten Quartil. Das ist ein Maß für die Streuung. Ist das ein allgemeines Maß zur Beurteilung klinischer Studien? Nein, überhaupt nicht. Ist frei erfunden und willkürlich, denn man muss die Studiengröße gar nicht mehr hinzunehmen als Qualitätskriterium, denn wenn die Studie klein ist und trotzdem statistisch signifikant, dann müssen die Effekte ja logischerweise auch besonders groß und konsistent sein. Die Cochrane Collaboration nimmt in Reviews Studien ab 20 Teilnehmern. 10 in jedem Arm. Hier sind nur Studien reingekommen, die 89 oder mehr Teilnehmer hatten. Ist also ein völlig willkürliches Kriterium. Aber so kann man eine Meta-Analyse so konstruieren, als hätte man genau ins Schwarze getroffen. Hauptautor der Meta-Analyse ist dann auch ein Jahr später bei Roche untergekommen. Matthew 2014 hat nur noch Studien zur individualisierten Homöopathie untersucht. Deswegen sind es hier nur 32. Das ist deswegen sinnvoll, weil es ja sein könnte, dass individualisierte Homöopathie wirkt, nicht aber Komplexmittel oder aber umgedreht. Deswegen hat Matthew ein Programm aufgelegt, in dem er das alles einzeln abfragt. Also eine Meta-Analyse zur individualisierten Homöopathie, eine zur klinischen Homöopathie, eine Studien mit Placebo-Kontrolle, eine Studien mit einer anderen Kontrolle. Und das sind jetzt Cochrane-Kriterien. Risk-of-Bias-Analyse nach Cochrane-Handbuch, das ist also State-of-the-Art der medizinischen Forschung. Das sind sehr harte Kriterien, muss man sagen. Und wir werden später noch sehen, was insgesamt so von der Medizin übrig bleibt nach Cochrane-Kriterien. Hier auch erstmalig dezidiert analysiert, der Publication-Bias. Also Publication-Bias ist das Phänomen, dass Studien, die den Auftraggebern nicht gefallen, verbrannt werden oder in der Schublade verschwinden und dadurch hinterher eine Ergebnisverzerrung in Meta-Analysen stattfindet. Hier haben wir jetzt die Standardabweichung in der Studie und hier haben wir die Odds-Ratio und dies ist ein Funnel-Plot, also der Trichter. Und die Standardabweichung sinkt mit der Studiengröße und große Studien nähern sich einer mittleren Effektstärke an. Die sehen wir also hier oben und links und rechts von dieser gestrichelten Linie. Die kleinen Studien mit der großen Standardabweichung, die streuen stärker und der Sinn dieses Funnel-Plots ist folgender, wenn man nur eine Seite des Graphen hat, zum Beispiel die oder nur die, dann kann man davon ausgehen, dass Studien unterschlagen wurden, denn eine Studie streut eigentlich in beide Richtungen. An dieser Stelle zeigt die sich, es gibt keinen nennenswerten Publication-Bias in diesem Pool von Studien zu individualisierten Homöopathie. Wir haben eben genau diese charakteristische Trichterform, die wir erwarten würden, wenn der nicht vorliegt. 22 Studien wurden analysiert, Homöopathie signifikant besser als Placebo. Für die drei Studien, die zuverlässige Evidenz bedeuten, auch Homöopathie signifikant besser als Placebo. Aus drei Studien kann man jetzt nicht so viel ableiten, vor allem, weil sie auch alle zu unterschiedlichen Indikationen sind. Aber es ist definitiv falsch zu behaupten, die guten Studien würden zeigen, Homöopathie sei nicht besser als Placebo. Nein, auch die guten Studien zeigen, dass es besser ist als Placebo. Davon gibt es nur nicht so viele. Was aber stimmt ist, und das ist immer noch Stand der Wissenschaft, leider muss man sagen, denn das war schon 1997 so, es gibt keine einzige Indikation, zu der mehr als eine hochwertige Studie nach härtesten Kriterien vorliegt. Also insofern hat die Homöopathie Kritik recht, wenn sie sagt, es gibt keine Erkrankung, für die felsenfest nachgewiesen wäre, dass das besser ist als Placebo. Das ist richtig. Hier haben wir den Forrest-Plot dieser Meta-Analyse aufgetragen. Was man erkennen kann ist, die Effektstärke verändert sich gar nicht. Also hier hat man alle Studien drin, hier nur die drei zuverlässigen, und man sieht, dass sich das eigentlich nicht großartig verändert, außer eben, dass die Effektstärke in den guten Studien wie bei Linde 97 größer ist als im Durchschnitt, nicht kleiner. Die Schlussfolgerung aus dieser Meta-Analyse ist für mich, dass wir jetzt mal replizieren sollten. Jetzt haben wir drei Studien zu unterschiedlichen Indikationen, die halbwegs passabel sind, dann sollte man daran gehen, nicht wieder neue Studien mit neuen Indikationen zu machen, weil dann bei der nächsten Meta-Analyse in 20 Jahren wieder rauskommt, ja, im Durchschnitt zeigen die Studien es besser als Placebo, auch die guten Studien zeigen das, aber es gibt keine einzige Indikation. Das wäre einmal Otitis medial, kindliche Diarrhoe und Fibromyalgie. Fibromyalgie ist eine Indikation, bei der es die Homöopathie in die S3-Leitlinie geschafft hat, gibt eine Meta-Analyse dazu. Wenn es noch eine Studie dazu gibt, die hochwertig ist und in der Homöopathie besser als Placebo abschneidet, wird das sogar bis zu einer Empfehlung gereichen. Im Augenblick ist es nur kann mit Minderheitenvotum. Das wäre eine wichtige Replikationsstudie. Ich frage mich übrigens, warum die Hersteller da nicht mal investieren. Sitzt vielleicht einer hier? Also wäre mal dringend angezeigt. Ah, da hinten. Dringend angezeigt. Ja, daran können wir vielleicht arbeiten, dann kommen wir irgendwann mal auf den Stein der Weisen, dass wir zumindest eine Indikation haben, bei der wir belegen können, dass das besser ist als Placebo. So, wir sehen also ein ganz passables Bild, was eigentlich diese Meta-Analysen angeht. Nach den neuesten Cochrane-Kriterien bleibt von der ganzen Evidenz für die Homöopathie nicht mehr so viel übrig. Das ist aber in vielen anderen Bereichen auch so. Insgesamt ist aber eher ein positives Bild zu erkennen. Homöopathie ist also in der Mehrzahl der Studien besser als Placebo, auch in den qualitativ hochwertigen. Robert Hahn hat sich das mal angeguckt. Das wurde mit einer Anekdote begründet, dass er alle Meta-Analysen zur Homöopathie sich mal durchgeguckt hat. Und zwar habe er zwei Teenager darüber sprechen gehört, dass Homöopathie ja Nonsens sei und das sei doch wissenschaftlich belegt. Und ihn als Epidemiologen wunderte das, dass die Ahnung von klinischer Forschung kam. Und dann hat er diese Meta-Analysen immer mal durchgerechnet. Und es hat sich gezeigt, dass man mindestens 90% der verfügbaren Daten unter den Tisch fallen lassen muss, um keine klinischen Effekte der Homöopathie mehr zu erkennen. Oder man muss statistische Tricks anwenden. Ich glaube, das habe ich ja hier demonstriert. Man kann das an den Zahlen auch gut sehen. Ist eigentlich immer positiv, das globale Resultat, außer eben man geht hier unter 10% der Studien. Oder eben hier in dieser Studie sind wir ja auf nur noch Studien mit weniger als 5% Dropout gegangen. So, jetzt wollte ich mal so ein bisschen vom Leder ziehen hier, um mal was Provokantes zu bringen. Was kann denn Homöopathie bei Krebs? Ich gehe jetzt mal an einzelne Indikationen, um diese Evidenz, die wir für die Homöopathie haben, in einen weiteren Kontext zu stellen. Da gibt es einen Inder, beziehungsweise mehrere Inder, die behaupten, sie würden massenhaft Krebs mit Homöopathie heilen. Und die haben auch eine Datenbank mit mehr als 40.000 Fällen. Das fand ich hochspannend, zumal eben die Banagys auch angeben, sie hätten 80% Erfolgsrate bei Hirntumoren. Das ist in meinen Augen, wenn es stimmt, Nobelpreisverdächtig. Und wenn das so wäre, dann würde ich sofort ein wissenschaftliches Paper in einem Peer Review Journal platzieren, damit das der Menschheit zugute kommt. Nach diesen Publikationen habe ich gesucht und ich habe tatsächlich auch eine gefunden. Cancer Patients Treated with the Banerjee Protocols, a best case series, sogar in ein Programm des National Cancer Institute eingebettet. 40.000 Fälle umfasst diese Datenbank. Zum Zeitpunkt der Publikation müssen einige Fälle schon da gewesen sein. Die haben 14 Fälle reingebracht. 4 dieser 14 Fälle wurden von unabhängiger Seite bestätigt. Wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, 2008 zum Zeitpunkt der Publikation müssen die mindestens 10.000 Fälle gehabt haben, äh 13.000, Verzeihung. Das sind 0,04% sehr gute Verläufe. Kann auch sein, dass Homöopathie gar nichts damit zu tun hat. Das liegt durchaus im Bereich der Spontanheilungsquote. Also das halte ich für unseriös und auch schädlich, für die Homöopathie derartige Behauptungen aufzustellen. Es lässt sich auf jeden Fall nicht belegen. Es mag ja trotzdem stimmen. Allerdings, wenn man so alte Homöopathen, die wirklich viel Krebs behandelt haben, liest, Schlegel, Burnett und ähnliches, dann sind die weitaus bescheidener. Weitaus bescheidener. Aber jetzt wollen wir das hier mal uns angucken. Was kann denn Homöopathie, wenn wir sie bei Krebs als Add-on geben? Das ist eine pragmatisch randomisierte Studie. Da wurde zusätzlich zu Chemotherapie, die Bestrahlung, Operation Homöopathie gegeben. Und es wurde das Wohlbefinden der Patienten, die Lebensqualität abgefragt. Hier haben wir die einzelnen Skalen aufgetragen. Und man kann erkennen, dass sich hier in vielen Punkten ein signifikanter Unterschied zur Kontrollgruppe findet. Diese Studie zeigt, dass zusätzliche Homöopathie bei Krebs die Lebensqualität vermutlich verbessert. Sagt natürlich wieder nichts darüber aus, ob das Placebo ist oder nicht. Aber den Leuten geht es definitiv besser, wenn die klassisch-homöopathische Behandlung bekommen. Jetzt fragen wir uns mal, was kann denn eigentlich konventionelle Medizin bei Krebs? Der Beitrag von Chemotherapie zum 5-Jahres-Überleben wurde hier untersucht, und zwar im Hinblick auf die häufigsten Krebsarten. und da zeigte sich, Chemotherapie trägt zum 5-Jahres-Überleben bei, im Schnitt 2,3% in Australien und 2,1% in den USA. Dabei muss man sich vor Augen halten, die meisten zytotoxischen Chemotherapien senken die Lebensqualität dramatisch. Die Autoren schlussfolgern an dieser Stelle auch zurecht. Um das zu rechtfertigen, müsste man jetzt mal genauer gucken, ist das eigentlich kosteneffektiv und lässt sich diese Einbuße an Lebensqualität durch die 2-3 Monate, die man gewinnt, rechtfertigen. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt ein paar Krebsarten und ein paar Zytostatika, die funktionieren wirklich gut, das sind aber die wenigsten. Bei den häufigsten Krebsarten bringt das im Schnitt 2-3 Monate auf 5 Jahre. Aber vielleicht können ja neuere Mittel mehr. Nein, können sie nicht. No better 48 neue Behandlungen bringen 2,1 Monate mehr Überlebenszeit. Aber vielleicht können ja die in Europa zugelassenen Mittel mehr. 48 neue Chemotherapeutika für 68 verschiedene Krebsindikationen wurden hier untersucht. Die wurden von der Europäischen Kommission zugelassen und die bringen im Schnitt 2,7 Monate mehr Überlebenszeit. Die meisten dieser Substanzen wurden zugelassen, ohne dass sie zeigten, dass sie irgendwas bringen. Für viele war nach einigen Jahren immer noch kein Beleg dafür da, dass sie etwas bringen. Und wenn sie etwas gebracht haben, war das marginal. Also wenn Homöopathie tatsächlich bei Krebs eine verbesserte Lebensqualität bringt, ist das schon gar nicht so schlecht. Wie sieht das denn überhaupt aus in der Onkologie mit der Evidenzbasis? Hier haben wir eine Analyse. Level of scientific evidence underlying recommendations arising from the National Comprehensive Cancer Network. Da würde man ja jetzt erwarten, das ist so 1a oder wenigstens 1b, alles, was da so in der Onkologie gemacht wird. Und das wurde jetzt analysiert. 1a wäre Meta-Analyse, 1b wäre ein ausreichend großer, hochwertiger RCT. 2a, bitte ich zu merken, ist nicht randomisierte, hochwertige Studie. Was kommt dabei raus? 6% der Leitlinien empfohlenen Onkologie-Therapie-Regime sind mit dem Evidenzgrad 1 belegt. 83% mit 2a, also mit hochwertigen Studien ohne Randomisation. Also Homöopathie-Studien ohne Randomisation, die fliegen uns aber um die Ohren. Naja, aber so sieht es aus. Woher kommen denn dann diese Empfehlungen? Ja, Expertenkonsens. Jetzt kommen wir zum Bereich psychische Erkrankungen. Ich müsste mal eben auf die Zeit gucken. Ah, die läuft hier. Ah, ich habe noch Zeit. Wunderbar. Können Sie noch? Brauchen Sie eine Pause? Okay. Wir kommen mal zum Bereich psychische Erkrankungen. Ich will jetzt hier übrigens kein Pharma-Bashing betreiben oder so. Ich möchte die Evidenz, die wir für die Homöopathie haben, in den weiteren Kontext der medizinischen Forschung einordnen. Denn ich glaube, die Gegenüberstellung, hier evidenzbasierte Medizin, alles wunderbar abgesichert und mit Meta-Analysen belegt. Und da die schmuddelige Homöopathie mit so ein paar minderwertigen Studien, das stimmt einfach nicht. So, was finden wir in der S3-Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen? Patienten mit einer generalisierten Angststörung sollen die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, S-Citalopram oder Paroxetin angeboten werden. Es gibt noch ein paar weitere, die da angeboten werden sollen. Neben kognitiver Verhaltenstherapie oder statt kognitiver Verhaltenstherapie. Und was können diese Substanzen eigentlich? Die bringen auf der Hamilton-Skala, das ist so die allgemeinverbindliche Analyse für den Schweregrad einer Angststörung, eine Veränderung von 12,5 Punkten wäre Paroxetin, S-Citalopram 11,3 und es gibt tatsächlich eine Studie zur Homöopathie bei generalisierten Angststörungen, die bringt immerhin auch minus 9,7. Kein großer Unterschied. Diese Skala hat 56 Punkte, also nur zur Einordnung. Ein Unterschied von mindestens zwei Punkten wird als klinisch mutmaßlich bedeutsam angesehen. Also wenn wir eine Therapie haben, die mindestens zwei Punkte runterbringt auf der Hamilton-Skala, dann könnte das klinisch bedeutsam sein, aber ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht als zwei Punkte. Das ist wirklich der minimale klinisch relevante Unterschied. Jetzt gibt es zufällig kürzlich veröffentlicht noch eine neue Netzwerk-Meta-Analyse zu Psychopharmaka bei generalisierten Angststörungen und da zeigt sich durchschnittliche Wirksamkeit gegen Placebo ist minus 2,6 Punkte auf der Hamilton-Skala. Das ist also so gerade eben klinisch bedeutsam. Aber diese Substanzen verursachen sexuelle Dysfunktionen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme und machen Engzugssymptome beim Absetzen. Das resultiert darin, dass viele Leute das einfach wieder absetzen, weil es eben zu viele Nebenwirkungen macht. Wenn also Homöopathie bei generalisierten Angststörungen ähnlich gute Effekte zeitigt wie Psychopharmaka, wäre es interessant, sich das mal genauer anzugucken. Denn die Psychopharmaka haben natürlich viel mehr Studien im Hintergrund und diese Studien sind auch viel größer, aber die zeigen eben, dass das nicht viel kann. Trotzdem kriegen die meisten Leute nach S3-Leitlinie Psychopharmaka. Das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Wir haben eine neuere Studie, die macht jetzt keine generalisierten Angststörungen, aber die verwandte Indikation Depression. Hier wurde auch ein SSRI laufen gelassen gegen klassische Einzelmittel, Homöopathie und gegen Placebo, also eine dreiarmige Studie. und hier zeigte sich, hier hätten wir die Hamilton-Skala für Depressionen diesmal, hier ist die Zeitschiene, hier ist der Einstiegswert und man kann sehen, dass Homöopathie besser ist als Placebo, Fluoxetin ist auch besser als Placebo, aber Homöopathie ist noch besser als Fluoxetin. Sollte man mal wiederholen. Diese Studie, denke ich, die ist nämlich methodisch auch gut gemacht. Und SSRI haben auch noch die Eigenschaft, dass Suizidalität durch sie in der Regel gesteigert wird, nur kommt das häufig in den Studien nicht raus, weil man die Suizidalität als Nebenwirkung einfach nicht zulässt. Kein Witz, ist so. So, deswegen hat Peter Götzsche, der Mitbegründer der Cochrane Collaboration, auch ein Buch herausgebracht, das nennt sich Tödliche Psychopharmaka, etwas reißerisch, aber er arbeitet da dezidiert die gesamte Datenlage zu Psychopharmaka ab und kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Menschheit besser dran wäre ohne. Es gibt ungefähr drei Prozent der Fälle, wo sie angezeigt und hilfreich sind, ansonsten richten sie mehr Schaden als Nutzen an. Gegenüber Placebo konnte Homöopathie auf der Hamilton-Skala eine Reduktion um fünf Punkte erzielen. Fluoxetin hat nur 3,2 Punkte gebracht und es kommt noch hinzu, das war hier ja Frauen in der Menopause mit Depression, die Nebensymptomatik wurde durch Homöopathie auch verbessert, aber nicht durch Fluoxetin, also Hitzewallungen und Ähnliches. Eine weitere Indikation. Homöopathie bei Infektionen der oberen Atemwege. Infektionen der oberen Atemwege sind die Indikationen, für die am häufigsten Antibiotika verschrieben werden. Wir haben eine virulente Resistenzproblematik und die meisten Antibiotika werden eben für Infektionen der oberen Atemwege verschrieben. Was können Antibiotika bei Infektionen der oberen Atemwege? Da hätten wir hier eine Analyse aus 98 und hier ist nochmal eine aus 2000, Cochrane Review, und bei denen kommt raus, Antibiotika verursachen in den meisten Fällen mehr Schaden als Nutzen bei Infektionen der oberen Atemwege. Das gilt für Bronchitis, für Sinusitis und so weiter. Es gibt ein Schweizer Health Technology Assessment, das sich auch mit der Fragestellung, was kann Homöopathie bei Infektionen der oberen Atemwege auseinandergesetzt hat. Dazu gibt es relativ viele Studien. Hier haben wir die Indikationen aufgetragen, die haben Heuschnupfen mit reingenommen, Influenza, Asthma, Otitis media, Sinusitis und so weiter. Verteilung der untersuchten Indikationen hier in den Studien. Und es zeigte sich in 24 von 29 Studien eine Überlegenheit der Homöopathie gegenüber Placebo oder der Standardbehandlung. Und diese Studien zeigten insgesamt, dass das wahrscheinlich effektiv ist. Auch für die Gruppe der placebo-kontrollierten, hochwertigen Studien gilt das, allerdings sind die nach neuesten Cochrane-Kriterien alle nicht mehr hochwertig. Trotzdem muss man ja sagen, und das ist wieder der Kontext, auf den ich hinweisen möchte, wenn Antibiotika multiresistente Keime verursachen und am häufigsten bei Infektionen der oberen Atemwege verschrieben werden, dann sollte man sie entweder zumindest weglassen oder vielleicht stattdessen mal Homöopathie probieren, weil es einen Haufen Studien gibt, die zumindest darauf hinweisen, dass das hilft. Was lernen wir denn jetzt insgesamt überhaupt aus der gesamten hochwertigen Evidenz, die wir aus Cochrane-Reviews zur Verfügung haben? Ich mache den Kontext jetzt noch mal etwas weiter. 1016 Cochrane-Reviews, beliebige Indikationen, beliebige Interventionen. Und da fanden die Autoren dieser Übersichtsarbeit, dass eindeutig hilfreich sind 1,4% der untersuchten Indikationen, eindeutig schädlich sind 2%, vermutlich hilfreich 44%, und keine Schlussfolgerung war möglich in 49% dieser Cochrane-Reviews. 96% dieser Reviews empfehlen mehr Forschung. Es ist so, wenn man sich die Evidenzlage zur Homöopathie anguckt, dann muss man ehrlicherweise eben sagen, in der Versorgungsforschung sehen wir in Outcome-Studien, Beobachtungsstudien, dass in der Regel Patienten davon deutlich profitieren, und zwar in einem ähnlichen Ausmaß wie in der konventionellen Therapie, aber mit deutlich weniger Nebenwirkungen, und in den Placebo-kontrollierten Studien sehen wir in der Regel eine Wirksamkeit über Placebo, auch in den hochwertigen Studien, aber es gibt eben nicht viele gute hochwertige Studien zu einem und derselben Indikationen. Was folgt denn daraus für die Verortung der Homöopathie in der gesamten evidenzbasierten Medizin? Ja, die gehört hier rein. 44% ist vermutlich hilfreich, aber wir brauchen mehr Forschung. So einfach ist das. Also, wenn ja in 49% der Fälle gar keine Schlussfolgerung möglich ist, das bedeutet, man weiß noch nicht einmal, ob es vermutlich hilft oder eher schadet, dann sind wir doch ganz gut aufgestellt mit dem Studienpool, der da ist. Allerdings sollte tatsächlich mehr hochwertige Forschung geliefert werden. Aber es ist definitiv nicht so, dass wir belegt hätten, das sei eindeutig schädlich, das nun schon gar nicht, und es ist auch nicht so, dass wir gar keine Schlussfolgerung haben, sondern insgesamt deutet die vorliegende Evidenz darauf hin, dass das vermutlich hilfreich ist. Ja, man kann also eigentlich sehen, wenn man die härtesten Kriterien der klinischen Forschung anlegt, dann stellt man fest, der Kaiser ist nackt. Das meiste, was gemacht wird in der Medizin, beruht nicht auf hochwertigen klinischen Studien, schon gar nicht auf Meta-Analysen von RCTs, weder in der Onkologie noch bei Infektionen der oberen Atemwege noch bei psychischen Erkrankungen. Und ich denke, in vielen anderen Fachgebieten sieht das nicht anders aus, sondern das ist alles gar nicht durch hochwertige Evidenz belegt, mit ein paar Ausnahmen. Und wir würden eigentlich gut daran tun, Homöopathie besser zu erforschen und sie dementsprechend auch vorurteilsfrei und unbefangen dann in dieses Gesamtgebäude der evidenzbasierten Medizin zu integrieren. Ich danke Ihnen.